So, dann 3, 2, 1 Herzlich Willkommen zurück zu einer zweiten Folge von It Takes Two mit Lumi Du Lumi da Ja, aber das hat sich nicht so schön gereimt, deswegen Lumi Du Moin Und wir waren gerade eigentlich voll im Flow und ich wollte schon direkt hier rein wuscheln Und da wurde ich zurück gepfiffen Von Lu Mama Ja, nur für ein paar Sekündchen, damit wir dann voll im Flow haben Nein, für den ganzen Tag Ich muss den ganzen Tag jetzt warten, damit ich weiter spielen darf Weil Lu Mama hat gesagt, wir machen jetzt hier Pause Macht man das immer nur eine halbe Stunde spielen am Tag, jetzt erlaubt Ähm Ups Okay, das war gerade so Schafweiche Was sind wir jetzt hier? Ich glaube, in einer alternativen Realität haben sie vorhin gemeint Das sieht aus wie unser Keller, aber es ist nicht ganz das gleiche, haben sie gemeint Ja, guck mal Sie steht immer noch dort Aber jetzt oben auf einer Insel Wo sie vorher auf dem Boden stand Oh, wer bist du denn? Ein alter Hammer Oh, wow Oh, wow Oh, wow Das war ein Oh, Oster There is some rust removal in there in the tool cabinet We can help save your friends But only if you can get us to Rose over there Okay, it's a deal Pick me up Now go to that big door over there Ah, narossing Okay, here it goes Oh, where'd it go? Just whistle What? Really? Cool We got a flying hammer neue tools ich kann es du kannst mir eine hammer zuhauen ich kann aber nägel werfen ja ich wollte auch testen was kaputt geht acht man hier ist noch eine gegen glas glas funktioniert nicht du kannst es machen ich hier meinst du kannst die kaputt machen ist die kaputt machen ich kann es nur mit dem bums jump kaputt machen was machst du das kaputt eigentlich und warum you do this why you ja auch danke optimal machen wir bitte ich glaube ich kann ja 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 genau okay mach noch mal ich kann es festnageln da sind beide hier rüber ich kann es machen du kannst sagen du musst deinen nagel aber dann immer wieder zurück holen wir können irgendwie swing ich muss mit dem hammer machen ach du kannst daran springen okay ich nicht okay das ist dann ich muss wahrscheinlich später irgendwo hinlage was machen und ich zurück zu kriegen ja ich habe hier eine brücke vor mir also wenn man muss wahrscheinlich hierhin schießen mit uhr weiter rüber kannst ja das nochmals dafür kann ich jetzt aber nichts wo das ist zu hoch ich glaube ich moment moment kannst du wieder herrufen ja kannst auch jetzt machen jetzt hätte ich doch gerne facecam gehabt bei mir hast du eine wie ich blöd lache das höre ich schon das reicht für dich du siehst aber auch wie ich blöd lache wir haben einen zweiten nagel gerade bekommen dadurch sehr schön ich bin jetzt oben wie krieg ich jetzt hier hoch moment mal du kannst die sache hoch und ich kann da rein schießen und ich kann da rein schießen und ich komme wieder runter komm mal her und und da hinten festnageln oder unten sehr gut eins zwei gibt sogar ein auto eben das hilft das spiel ich bin fast direkt drüber gesprungen what the heck ey du sau und runtergeschmissen du sau nicht getroffen doch habe ich die weg die weg die weg die weg ich werde hier verhauen von einem recht nein das ist aber jetzt nicht gerade das eindeutigste signal bin ich glaube ich nicht ich dachte eher das ist so der weg weise wenn ich weiß wie es lang geht mit dem man nicht so doll gesicht oh das sind pvp-challenges sitzen pvp-challenges hau den cody ah und aha und ich kann jetzt sagen wo ich rauskomme und du musst mich treffen scheinbar warte ok bleibe oben um zu punkten lass dich nicht treffen bereit wird ihr könnt comfortable klw hast du nicht hier warten beschenks hoch aus mit alleine diese Oh mein, da war ja gar kein Hit dabei, Schweinerei. Haha, das ist echt gar nicht so easy. Revanche, eine gute Revanche. Bereit machen. Drei, zwei, eins. Lang genug oben bleibt, jetzt kriegst du keine Punkte, ne? Ja, aber ich muss mich natürlich ein bisschen täuschen. Oh shit. Oh shit. Oh shit, da war sogar ein Hit dabei. Okay, das wär für mich nicht gewesen, aber... Hab gewonnen. Da ging dann, glaub ich, immer so ein Tonsymbol, wenn's so ein PvP-Ding ist, ne? Wahrscheinlich, ja. Oder war jetzt grad nochmal diese... Sieht so aus, sieht so aus. So, hüpf. Und hüpf. Chup. Ups. Ich mag den Job nach vorne. Der war ein Best-of-3 machen oder sowas. Aber ein Best-of-3 hab ich schon gewonnen mit 2-0. Ähm. Moment. Moment. Da ist mir die Machen. Oh. Ähm. Ähm. Bleibt das? Okay. Ja, doch. Kannst zurückholen. Okay. Wir lassen wieder Wände, da kann ich dann weiter wahrscheinlich. So, dann kannst du weiter. Batz. Und... Batz. Zoweit? Zoweit. Zoweit war. Zoweit. Hier vorne... Oh, ich muss hier vorne weiter vor wahrscheinlich. Zack. So. Die Kontrolle ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, ich habe jetzt einen richtigen Abstand. Sieht gut aus. Ups. Batz. So, und was machst du jetzt machen, damit ich irgendeinen weiterfalle? Ach, hier ist noch eine Brücke, die man rumfahren kann? Ja, warte. Da ist ein Bot. Da kann ich drauf hauen. Hier ist irgendwas. Ja, das müsste es sein. Moment. Was macht's denn da? Ah, hier flieg ich hoch. Haha. Ja. Und dann? Ja, macht's jetzt viel auf, wenn du nichts zu gehen. Ah, dann kann ich es hier festmachen, dann batz und dann komme ich durch. Oder so. Ich batze gerne, habe ich schon gesagt. Batz, batz. Kannst du dann hier auch wieder aufmachen? Batz. Batz. Batz war mein Klassenlehrer. Batz. Das ist aber auch mein Name. Das ist so ein Hochschmeißding. Das muss wahrscheinlich irgendwo anders angehämmert werden wieder. Oder das flieg ich wieder hoch. Wo geht's denn hier hin? Ich glaube, ich muss da wieder springen. Ich habe eine Challenge gefunden. Challenju Menju. Entdeckt, kippt die Klappen. Okay, du musst glaube ich in die Mitte. Würde ich mal vermuten. Oh. Moment. Ich stelle mich oben drauf. Jetzt. Musst du mich nochmal hauen? Ich schieße auf die Ziele, um zu punkten. RT schießen. Okay. Es geht einfach darum, wer schneller, wie viele Ziele erwischt. Das wäre mit Maus natürlich viel einfacher. Ich glaube, das finde ich, wenn man ein bisschen mit dem Controller zielen kann, ist das einfacher. Das Schießen. Kann man das machen? Kann man das machen? Kann man das. Wenn wir das besser machen, machen wir das. Oh. Right, right. Du hast nicht ready gedrückt, das B gedrückt kann das sein. Oh. Das kann sein. Du musst Y drücken. Y verdrückt. 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 Du dich bewegen kannst und ich mich nicht, finde ich super. Machst du aber absichtlich, ne? Niemals. Würde dich absichtlich machen, dass man dich in den Vorteil kriegt. Niemals. Das ist nichts zu tun! Easy. Ja, ich habe halt den Vorteil. Das ist auch echt leichter. Sobald ich ein bisschen zielen kannst, ist es deutlich leichter, glaube ich. Weil ich dir einfach die Sachen wegschießen kann. Bis ich da halt hinkomme. Ist halt blöder. Du musst es halt laufen. Das ist nicht ganz gebelnend. Du siehst natürlich, wo ich hinlaufe. Genau. Genau. Du siehst theoretisch auch, wo ich hinziele, aber du bist halt trotzdem langsamer, das ist einfach nicht ganz fair. Komm, stein? Also komm ich schon. Du kannst sagen, das sah halt nur nach Unfähigkeit aus gerade. Wow. Ich bin ja nicht da abschieße. Oh, oh, das hat sich nicht gut angehört. Da hat sich noch eine sehr viel schwere Maschine angehört. So, die Küppchen, die trocken ist, den empfinde ich darauf, oder? Okay, Moment, was muss ich? Okay, ich muss da, das Ding muss ich glaube ich markieren. Und wo muss ich denn noch irgendwas festmachen? Kommt schon mal an. Oder auch nicht. Ah! Oh, ich bin irgendwie runtergefallen. Ich weiß, was ich machen muss. Da unten sind hier... Moment. Oh, ich bin falsch bedrückt, so. Ne, ich hab keine... Moment. Jetzt kannst du drauf. Ich muss mal kurz die andere noch festmachen. Wo ich das noch machen muss. So, jetzt kann ich nämlich bestimmen, wenn das hochgeht, ziehe ich raus. Oh nein, nicht beide, nicht beide, nicht beide, nicht beide, nicht beide. Ich hab's verkackt. Ich hab beide rausgezogen, das wollte ich nicht. Jetzt ist aber die rein, die, die zeitliche Abfolge eine andere. Ne? Das Rechte kannst du so lassen, wie es ist gerade. Brauchst gar nichts machen. Ohne das. Da auch ne Option. Äh, da oben, über der ist jetzt was theoretisch? Ich weiß ja nicht, ob die... Achso, ich kann doch das unten rausnehmen können, die dann halt so normal durchfahren können. Über dir ist schon ein Nagel drin. Oh, falsch gedrückt, falsch gedrückt. Nein! Und hier ist übrigens kein Ding mehr, was man hier herfährt. Natürlich ist es bitter. So, mir hätte ich bis jetzt gar... Trinkst du mit dem Hämmerchen nicht mehr, ja? Aber ich glaube, das kann ich nicht festhalten, das Ding, was du mal hohen rumgeführt. Oh, nicht schlimm, das geht. Da ist ja noch eine Plattform, aber hier ohne Räume. Oh, ja, da brauchst du natürlich hier, zack. Oh, ähm, ich dachte, ich mach den zuerst nicht, zuerst rein. Jetzt brauchst du mich nicht rein, oder? Das ist ja noch zuerst. Tut mir leid. Ich dachte, ich mach den nicht zuerst rein, oder zuerst. Weil ich brauche zwei Nägel hier. Oder? Die sind nicht gut, wa? Ach, war einfach... Ich wollte sie doch verbessern. Ich wollte nicht Lumi töten. Da tu mir Angst. Wollte jetzt warten, bis du da oben bist, dass ich den passend reinschießen kann. So. Oder? Dann wird es möglichst kurz. Dieses Tank. Sehr gut. Ja, haben wir doch geschafft. War doch easy peasy. Ah, jetzt kann ich da. Okay. Ja, ja, ich bin ja auf dem Weg. Spann dich, Madame. Ich muss nicht wieder mal haben. Oh Gott. Okay, ich habe mir noch einen Nagel gegeben, aber ich mache den hier. Ich kann hier noch was machen. Du bist auf die andere Seite gekommen. Oh Gott, ich muss es heim. Okay, dann springe ich gleich los jetzt. Und zwar jetzt. Oh, ich bin nicht so... Jetzt. Oh, danke. Heute war knapp. Okay, jetzt muss ich hier Dinge anschalten, anscheinend. Was mache ich denn? Okay. Okay. Und... Nee. Achso, doch. Sag dann da hoch. Ich brauche dann den neuen Nagel. Da oben? Also den Hintergrund braucht man... Ja, ich muss gucken, wie ich das organisiere. Das zieht... Nee. Nee, nee. Den hänge ich ganz zurück. Und den hänge ich ganz zurück. Ich muss den... Oh nein, das war die falsche Tasse. Entschuldigung. Du musst den wegziehen, aber du beide hast. Aber ich muss rechtzeitig springen wahrscheinlich, oder? Dass du dann hier zwei Stück hast. So, den... Oh nein. So, jetzt... So, jetzt... So, ich habe drei. Ich glaube, ich habe einen mehr gekriegt. Ja, ja, ja. So. Und jetzt nehme ich den... Den... Oh, den muss ich wegnehmen. Moment, ich kann aber den erstmal reinschießen. So, ich nehme jetzt die rechte Wand weg. Drei, zwei, eins. Sehr schön. So, jetzt kannst du, glaube ich, einfach da, dass du hochspringen kannst, oder reicht das nicht? Aber die linke. Oh, du brauchst die linke. Okay, dann gehen wir jetzt mal das Krügchen. Dann kann ich da den nächsten machen. Dann nehmen wir den... Den raus. Den da rein. Nimm den weg. Perfekt. Du bist nur zweimal runtergefallen. Sehr schön. Wohin, wie komme ich jetzt hier weiter? Ich stehe jetzt hier irgendwo... Achso, die kannst du Flaschen mehr kaputt machen. Arme Flaschen. Arme Flaschen. Die haben bestimmt aussehen. Doch, da rechts geht es weiter. Ja, klar. Arme Flaschen. Warum mit dir? Jetzt sind wir hier bei der Boxi-Box. Wo wir den Rostentferner haben wollen. Sieht da Stress aus. Das sieht Stress aus. Wo wir da hinterher müssen. Oh, what? Oh, no. Moment. Ich muss da draufhauen. Ich muss da ordentlich draufhauen. Oh, nein. Ich fall da runter. Ich muss da draufhauen. Hey. Bin wir da. Jetzt werde ich auch, dass ich hier Dinge tun muss. So, ähm. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich das Ding irgendwie... Ich komm schon. Okay, reicht. Damit jetzt das ja auch irgendwas machen könnte. Ja, du hättest mir jetzt auch irgendwas machen können. Glaub ich. Aua. Uua. Au. Okay, ich wurde zweimal getroffen. Das ist... Nein. Wir sind beide tot. No. Scheiße. Okay. Versuch Nummer zwei. Oh, ich muss hier beim nächsten... Ich muss hier... Knapp... Oh... Das... Das machbar... Oh Gott. Nägel. Muss immer rüber springen. Ja, ich wollte abhauen. Nicht die Nägel. Boah. Scheiße. Hier ist gerade safe worden. Hier, Toolbox haut ab. Lumi, du musst Gas geben. Auch spielst du hier so schräg. Du springst voll schräg. Auch nicht aber gerade rüber. Ich versuche, aber du bist ein bisschen schwerfassig. Jawohl. Oh, oh. Du lässt dich aber auch gerne erwischen fahren. Das hat mir halt gern Nagel. Aua. So viel dazu. Oh no. Oh, das zählt nicht das Treffer. Aua, das zählt aber das Treffer. Ja, du kriegst, äh, irgendeine Lebensanzeige. Und erst, wenn die weg ist, dann musst du das machen. Ja, ich dachte, ich krieg halt eine Zweitreffer und ein bisschen mal auf Hälfte ganz schnell. Ja, genau. Jetzt war es auch wieder zwei Treffer, keine Ahnung. Oh, wir müssen hier wieder schließen und festklemmen. Ja, wenn ich irgendwann den, den, den Dingens hier schaffe, dann können wir darüber reden. Nee, den war doch kein Thema. Er ist nicht da. So, wo muss ich schießen? Da oben hier, ich muss drücken und du musst oben festladen. Ja, da muss ich aber hoch. Dazu. Hab ich. Moment, ist das hier? Ah, doch. Wahrscheinlich schon. Kommen Sie, Madame, kommen Sie! Du musst die Nägeln ausweichen. Aber, ja. Ja, die vielleicht auch tun so. Nee, kannst mir, glaube ich, nicht helfen dabei. Nein. Da ist sie doch. Wir kriegen sie. Ähm, ach so, genau, da muss ich draufhauen. Ah, ich muss dann nageln. Jetzt. Ähm. Bossfight. Ist das wirklich ein Bossfight? Wie, du, dass die 2-Boss-Boss ist, ist ein Boss? Weil sie ein Problem damit hat, dass wir sie aufmachen. Also, wenn sie lustig irgendwas, müssen wir auf jeden Fall das im Gelb wieder, ne? Festnageln und... Au, und ausweichen. Hemmern. Ich hab's festgenagelt. Hier, du kannst da drüberhüpfen. An dem, an dem Arm. Kannst du nicht langschwingen. Achso, ja. Oh, ich seh's. Sorry. Ah. Ich kann das halt noch nicht. Irgendwann hol ich's aber wieder zurück. Also, wir müssen dem Angriff ausweichen, dann mach ich den Arm fest. Oh. Der nagelt uns. Nope. Aufrecken. Der nagelt uns voll fies. Ja. Ja. Da muss ich glaube ich die Schlösser abhauen. Mhm. Ähm. Der hat aber nicht rüber wahrscheinlich, irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Da bist du wieder zurück. Kannste nochmal. Jetzt wurde aber richtig wütend. Oh-oh. Der wird richtig wütend. Der sehnt uns den Boden weg, die Sau. Das ist jetzt nicht nett. Das war mies. Komm mal schneller wieder. Ich glaube, jetzt kommt der Armangriff wieder. Würde ich vermuten. Jep. Äh, zack und zack. So. Nein, Numi. Numi hat's verkackt. Das ist noch eine Chance, oder? Naja, ist nicht mehr. Numi hat's verkackt. Numi ist schuld. Ich bin's nochmal weggesägt. Wir haben gleich ein Zeitlimit. Tatsächlich. Oh Gott. Ja, wenn wir nicht keinen Boden mehr haben, haben wir ein Zeitlimit, oder? Jeden Sieg, doch gar nicht weiterkragen. Jeden Sieg, doch gar nicht weiterkragen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, stimmt. Er hat nichts weggesägt. Ich wollte schon sagen. W parar. Ich will nicht mehr. Jetzt hat er schon mal keine Arme mehr, macht er jetzt noch was fieses? Der schmeißt mich durch die Gegend. Äh, okay. Du bist akrobatisch! Oh no, was denn jetzt? Da muss ich wieder oben reinhauen. Kann ich auf jeden Fall irgendwie schießen? Ja, wahrscheinlich, gleich. Ähm. Oh Gott, au. Das ist übrigens ein One-Hit. Wow, ja, habts gemerkt. Mal gucken, ob's da wirklich einen Speicher gibt. Ja, ja, gibt's. Aber ich kann hier noch nicht, also ich muss da super schnell sein. Da muss ich draufhauen vielleicht. Keine Ahnung. Also, so schnell krieg ich den niemals getroffen, weil, finde ich. Äh. Kann noch mal nicht so schnell reagieren. Ich kann da drauf vor uns. Kann's auch noch, dead, deaden. Ist ja auch noch. Jetzt. Hau drauf! Moment, ach so. Oh, ha. Oh, ha. Okay, ich krieg ja nur einen rein. Ah, okay, okay. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Wahrscheinlich noch einiges an Platz verlieren. So, wie ich das sehe. Ja, ja. Wird kuschelig. Kannst du das gern mit mir, ja? Sagste? Nein. Warum nicht? Nicht, wenn Nägel auf uns eintreten. Ich dachte, wir werden gern genagelt und dabei kuscheln. Ist doch üblich, oder? Ich weiß nicht. Von einem Wagenzeug. Oh Gott. Nägel. Oh Gott. Oh nein. Ich hab's geschafft. Ich hab uns gerettet. Ich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott, da kann der One-Hit wieder. Huch. Hau drauf. Oh, noch. Ha. Ja. Ich krieg immer nur... Hä? Zwei Nägel. Ah, den dritten geh ich nicht rein. Oh Gott. Ne, nicht noch mehr wegsägen. Das ist doch unfair. Oh Gott. Das wär eh nicht mehr gewesen. Ähm. Bisschen Platz wär noch cool. Aua. Ich bin schon... Jawohl. Haben wir. Baka. Ähm. Ich bin auch nicht Chaka. Oh. 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 Ah, die haben doch gerettet. Ach, die haben doch gerettet. Die Tool Friends. Oh. Oh, ich freue mich. ja ich war dabei geworfen und dann geflipten es war so klar Oh, nein! Sie ist weg! Rose, warte! Wir brauchen Ihre Hilfe! Es ist uns! Mom und Vater! Geh nicht die Tür! Nein, 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 nein! Hilf uns raus, Rose! Oh, du wunderschön! Paul, du hast uns in, du Idiot! Jetzt sind wir hier drin! Stuttgart, das ist eine menschliche Konstruktion. Wenn du auf die Tür öffnest, dann wirst du nicht. Okay, FYI. Ich bin schon ein bisschen der Doofi von uns beiden, oder? Ja. Wow. Was anderes ist neu? Wow. Du bist gemein. Warum ist hier eigentlich so eine Leitung mitten durch alles? Weil wir jetzt ein Serving-Level haben. Das ist natürlich ganz witzig. Wo müssen wir denn hin? Das ist eine gute Frage. Ah, darüber. Das ist gefunden. Weil wir auf dem Schlauch geht's weiter. Natürlich. Wir brinden einfach auf dem Gummischlauch. Logisch. Oh Gott. Ich muss erst mal wieder einholen hier. Da müssen wir auch noch Ding ausweichen. So Elektro-Blitzen. Oh. Wir müssen Elektro-Sachen ausweichen. Autsch. Genau die Elektro-Blitzen. Die meine ich. Nee, ich bin gegen die Dings. Gegen den... Geh was anderes gefahren. Ich hab' geschafft. Ich kann hier zugucken. Du musst doch nicht nur A drücken. Du musst gar nicht in die Richtung drücken. Ja, aber dann bin ich schneller. Ich wollte aufholen. Ich bin eh schon fertig. Oh Gott. Jetzt ist Blitzen. Oh, ich kann weiter flitzen sehe ich hier gerade. Weiter flitzen. Da kommst du doch. Uh, Lumi in the house. Und weiter geht's. Next round, ja. Und schon weiter. Oh, muss ich noch was machen? Ah, müssen wir deaktivieren? Müssen wir mehrere Runden deaktivieren? Oh Gott. Wir müssen jetzt... Es gibt zwei Seiten. Es gibt zwei Seiten. Hier. Ich kann hier. Und ich kann hier nicht. Ah? Moment. Es gibt zwei Seiten. Siehst du das? Eine hier rechts, eine da links. Ups. Jetzt hab ich bei dir geguckt. Moment. Ah, jetzt kann ich hier. Also du kannst da hinten drauf. Ja, jetzt kann ich da hinten drauf. Und manchmal. Manchmal nicht. Das ist so weird. Okay. Dann gehe ich hier drauf gehen. Weiß ich, ob es gleich lang ist. Wir müssen dann wahrscheinlich gleichzeitig am Ende Y drücken. Ja, es ist nicht gleich lang. Aber reicht. Ja, aber reicht. Okay, das ist nicht so smart. Ja, da gab es auch wieder zwei. Das war nicht so smart. So, ich nehme rechts. Jetzt rechts soll ich? Ja. Oh Gott, ich hab's verpasst. Aber... So, drauf, ich muss direkt Y drücken. Okay, dann geht's nämlich direkt weiter, deswegen. Ähm. Hm, sag doch mal, sehste. Jop, jop, jop. Eigentlich ist es nur Y drücken. Seid ich nur ein gut gemachtes Quick-Time-E-Band. Moment, ja. Äh, ja. Aufholen. Kannst du auch X drücken ohne. Ist nur auf der gleichen Bahn, oder? Äh. Ja. Oh, what? Okay, ich mach das nochmal im Kreis. Kannst du auch X drücken ohne von der, von Ding hoch zu gehen, ne? Du musst einfach gleichzeitig, glaub ich, den Bums-Jump machen. Drei, zwei, eins. Ah, hat auch wieder gemeint. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. May, look, it's your old binoculars. Amazing. Let's find Rose. Oh, Rose? Uh, yeah, yeah, we, uh, we need to find her. Oh, yes, I know we look like dolls, but we're actually her parents. I know who you are. Nothing escapes my lenses. Look. What? In, in here? Alright. Okay. See. Ah. Oh. 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 I look dead. Am I dead? You're not dead. What's going on? Oh, no. Wir machen halt einfach nur ein Mittagsschläpchen. Hmm. All I know is that Rose sat down there with her dolls, and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else. Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Oh. I know, quite unusual for Rose, but I am a hundred percent sure, because I could see her tears falling onto the dolls. Dreh'n der Unschuldigen. Oh. Wait a minute. I know what happened. It's a spell. You're a ridiculous coding. You're a dry logic. May. Okay. We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. For the sake I don't even believe in spells. Okay. Well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Huh? Glaube ich ein Zauber, ich bin nur eine kleine Puppe. Was? Yoga, das ist Quatsch. Das ist nicht so ein... Okay, fine. Do you know where to find her, Miss Binoculars? She's in her room. Go on. Okay, thanks. Come on, mate. Oh, but how do we get to her room from here? Easy, we just climb the tree. This way. Watch, you're never gonna make that jump. Yeah, watch me. Ja, krieg ich das hin. Oh, God damn it. Come and throw love us. Wow. Come on over. We'll throw us the rope. It's too far. Cody. Where there is love, all distance is too far. Oh, shut up and just throw us the rope. Okay, okay. Mary-Land. Na ja, komm, sei mal, sei mal hilfreich. Huh? You want the rope? You want the rope? Come on, you want it? Come on, come on. Take it! Woo! Das ist aber wenig, Seil. Unten am Arm dran. Bist du auch der Meinung, dass das Seil ein bisschen kurzes? Ein wenig, ja. Das scheint zu gehen. Das scheint zu gehen. Aber ich würde sagen, an der Stelle würde ich kurz unterbrechen, wenn Lumi ja auch den Sprung geschafft hat und sagen, wir sehen uns alle morgen wieder. Wenn es weiter heißt, eine Folge It Takes Two mit Lumi und Bennu. Das war schlecht, aber ja. Tschüss, bis zur nächsten Folge.